Das ist die längste 999-Millionen-Meter-Rutsche auf Roblox. Wir rutschen vom Weltraum, fahren zusammen einen Bobslide und am Ende rutschen wir in einem super epischen 1-gegen-1-Rutschen-Battle. Äh, und wann geht's los? Äh, wieder, wieder, wieder... Ah, nein! Ich würde sagen, jetzt geht's los. Und damit halt, Freunde, steht, dass du dir eingeschaltet hast. Und wenn du keine weiteren coole Videos mehr verpassen willst, klick einfach auf Abonnieren und rechts daneben auf die Glocke und es gibt dem Video jetzt schon mal gerne einen Daumen nach oben. Das würde mich sehr, sehr glücklich machen. Und, Freunde, wir befinden uns heute mal zusammen in Ride Your Box Down a Slide. Und in diesem Video, Freunde, testen wir die besten und schnellsten 999, 999, 999 Millionen-Rutschen der Welt aus. Yeah! Und ich würde sagen, let's go, Retail. Okay, welche Box sollen wir uns spawnen? Sollen wir zusammen fahren oder willst du alleine fahren? Ich weiß nicht, kann man da zusammensitzen? Äh, warte mal, ich spawne mal eine Minion-Ball. Oh, oh mein Gott, oh mein Gott, okay. Let's go. Ey, ey, das war meine Minion-Ball. Oh mein Gott, let's go. Man kann ja nur alleine drin sitzen. Wow! Okay, Freunde, oh mein Gott, wir testen wirklich die längsten und schnellsten Rutschen. Oh mein Gott, nein, nein, nein. Yeah! Hast du geschafft? Ja, ich bin hinter dir. Okay, okay. Ich mach Kopfstand, du. Äh, nee, tatsächlich, ich bin noch normal. Okay, oh nein, oh nein. Wasserfall! Oh mein Gott, oh mein Gott. Halte dich gut fest, halte dich gut fest, okay? Alter, ich halte mich besser fest als jeder Affe. Ja, sehr, sehr, sehr gut. Das möchte ich sehen. Denn, Vitamine, heute testen wir... Oh mein Gott, Lava, Eis, meine Haare, meine Haare. Oh mein Gott, Alter, meine Haare verbrennen, Alter. Oh, okay. Let's go. Alter, mein Po verbrennt. Vitamine, ich bin stehen geblieben. Warte mal. Und? Ey, ich bin in den Trichter gefallen. Oh mein Gott, okay, ich würde sagen, das war ein Fail, meine Freunde. Oh nein, ich bin auch stehen geblieben. Wir testen die Rainbow Box auf... Oh nein, ich fahre mit der Patrick Box. Ist da die große Krabbe? Nee, hier ist SpongeBob. Let's go, ab geht es, okay. Ab geht es. Wow, ich seh... Jo, ich seh dich da vorne. Die Papi da vorne. Was geht denn da ab? Wie ein Flummi baust du da rum? Junge, es tut so weh, aua. Oh, jawohl. Okay, Freunde, wir sind kopfüber. Wir sind diesmal nicht kopfüber. Fahr mal schneller nach vorne. Hä, hol mich erst mal ein, Mann. Okay, 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 ich hol dich ein, ich hol dich ein, Freunde. Das sind die längsten Rutschen, die ihr jemals gesehen habt. Okay, ich hoffe, wir bleiben nicht widerstehen. Oh, Lover! Oh, 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 oh mein Gott, oh mein Gott, Alter, wir sind richtig schnell. Junge, diese Rainbow Box ist richtig gut. Ich fahre 400 kmh, okay, jetzt fahre ich nur noch 100. Nein, 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 nein. Okay, okay, wir haben es geschafft. Alles, alles gut, Freunde. Okay, bitte diesmal... Oh nein, bitte diesmal richtig... Oh, 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 ja, bei mir geht es weiter. Okay, bei mir, bei mir, bei mir, bei mir, ich weiß nicht. Äh, bei mir, Junge, ich mache Breakdance. Was geht ab? Okay. Ich fahre übel schnell. Oh mein Gott. Es geht auch weiter, es geht auch weiter, wieder, wieder. Alter, ich bin über die Stadt geflogen. Ich habe es nicht geschafft. Ich fahre immer noch, Hilfe! Jo, ich bin der Weltall! Was? Und, oh mein Gott, okay, wir haben es geschafft, Freunde. Weiter geht die Reise. Oh, ja, ist ein bisschen holprig hier, aber mit der Diamantbox, wow, geht es jetzt die Rutsche ab. Okay, wie viele, du bist am Ende angekommen, hast du es geschafft? Nee, ich bin leider runtergefallen, vor dem Tentakel. Vor dem Tentakel, Junge, ich weiß nicht mehr, um was geht, hast du Taddeus noch getroffen oder was? Oh mein Gott, wir sind im Weltraum. Freunde, das ist die Weltraumrunde. Ja, da war ich auch noch und dann kommt ihr zum Tentakel oder so. Okay, Tentakel, alles klar. Taddeus, 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 let's go. Oh, hier ist ein Eikett. Moin, moin, schönen guten Tag. Oh mein Gott, das ist ein Tentakel, ich sehe ihn. Ab geht es. Ich bin da nicht reingeflogen, leider. Wieso? Weil ich es geschafft habe. Freunde, jawohl, wir haben es, wir haben es. Okay, es geht weiter, es geht weiter. Bam, bam, ba-dam, ba-dam, ba-da-dam, ba-da-dam, ba-da-dam. Oh mein Gott, hast du es geschafft? Juhi, es sind Bären, ich bin im Wald. Oh mein Gott, hä, da war ich nur nicht. Gib Gummi, gib Gummi. Oh, was ist das hier? Wow, ab geht es, Freunde, ab geht es nach unten. Okay, ich bin im Weltraum. Ja, oh mein Gott, oh mein Gott, wir haben es geschafft, Freunde. Let's go, wir sind am Ende angekommen. Oh mein Gott, ich hab es. Yeah, winner, winner, chicken dinner. Juhi, ich bin bei der Riesenente angekommen. Alter, Mann, ich bin jetzt beim Tentakel. Dann werde ich es diesmal schaffen in den Chantaka hinein. Oh, ich bin dein Hund. What? Woof. Alter, ich habe es diesmal geschafft. Yeah. Ich warte auf dich, Vitamine. Ja, wenn ich es schaffe, ich bin im Wald drin. Willkommen zum Rainbow Team Bobslide. Vitamine setzt dich rein. Und wir fahren jetzt zusammen als Team hier diesen Bobslide runter. Wow. Alter, was ist das? Wie so eine Wasserrutsche? Oh, yeah. Ich glaube schon, dass es so... Oh, ey, ich steige mit in der Fahrt aus. Junge, er ist Psychopath. Alter, was machen wir denn? Und wir fahren hier in Bobslide. Oh, yeah. Immer schön anschnallen, Freunde. Hast du überhaupt einen Anstall? Oh, oh, mein Gott. Hast du überhaupt einen Anstallgurt? Nee, nee, tatsächlich nicht. Und du? Nee, alles klar. Du bist ja mit deinem Rucksack angeschnallt, weißt du. Das ist schon sicher. Oh, mein Gott. Wir fahren rückwärts. Alter, wir fahren vorwärts, rückwärts. Junge, was geht ab? Aber, oh, mein Gott. Alter, das ist eine Rainbow-Rutsche. Wie cool. Alter, die sieht richtig nice aus irgendwie. Oh, warte mal, da gibt es ein Looping. Oh, nein, Vitamine. Ich mag keine Loopings. Warum nicht? Das ist doch cool. Junge, du hast letztens auf meinen Kopf gebrochen, Alter, bei den Looping. Junge, niemals. Alter, Looping sind richtig geil. Wow. Okay, ist dir übel? Alles gut da hinten? Ja, bis jetzt noch ja. Oh, wow. Oh, mein Gott. Okay, okay. Magst du echt keine Loopings? Äh, nee. Also, ich muss sagen, ich weiß nicht. Das ist mir ein bisschen zu viel. Muss ich sagen. Hier, was ist das für eine Rutsche? Ehrlich gesagt, liebe ich Freizeitparks. Das ist richtig cool. Ich liebe dich, Vitamine. Ja, jetzt wird die Kurve. Let's go, Freunde. Ab geht die Post. Ab geht die Post. Junge. Okay, bam, 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 bam. Alter, nächster Looping. Hä, aber das ist der gleiche Looping. Warte mal, wir fahren im Kreis, Vitamine. Alles ist eine Illusion. Warte mal, existier ich gar nicht? Wer bist du überhaupt, Vitamine? Wieso nehme ich mit so einem Salatkopf Videos auf? Ach, Vitamine. Ab geht es. Oh, mein Gott. Ab geht es. Oh, okay, das ist. F übelst nice. Oh, mein Gott. Alter, das ist so eine optische Illusion. Guck mal, wie cool das aussieht. Oder? Ja, das sieht cool aus. Also, das sieht halt aus wie ein Regenbogen. Ja, das liegt auch daran, dass es wie ein Regenbogenfarben ist, Vitamine. Weißt du? Ja. Oh, mein Gott. Leute, ich glaube, ich muss sagen, bis jetzt... Oh, mein Gott. Nice. Okay, bis jetzt gefällt mir die Rutsche sogar besser, die wir ausgetestet haben, oder? Was sagst du? Ja. Ich finde, die davor war aber auch ganz cool. Auf jeden Fall. Aber das sind ja die schnellsten 999, 999, 999, 999, 999 Millionen Kilometer rutschen, die es gibt. Hä? Hier waren wir doch schon, oder nicht? Alter, ja, das ist das dritte Mal, dass wir diesen Looping fahren. Okay, ich glaube, wir sind auch in einer Zeitlupe gefangen. Fettab doch mal. Oh, nein. In einer Zeitschleife. Okay, wir können ja sogar hier im Shop Regenbogenteppich oder sowas kaufen. Sabotage. Hey! Hör auf, du bist! Nein, alles gut, wir müssen... Aua, vor den Kopf gestoßen Oh, oh, es gibt verschiedene Enten hier in dem Obby, kann das sein? Guck mal, wir sind im neuen Bereich Wie meinst du das? Wow, es gab so drei verschiedene Eingänge, wo wir reingehen können Oh nein, wir fallen ins Loch, Vitamine Oh, oh, wir fallen Oh, oh, kommt danach überhaupt noch was? Ich weiß nicht, ich glaube, das war's, oder? Ich glaube, das ist das Ende, oder? Nein, 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 bitte nicht, bitte nicht Oh nein, wir dürfen nicht reinfallen, wir dürfen nicht reinfallen Halt dich fest Wir dürfen nicht reinfallen Nein Oh mein Gott, ich will reinfallen Yeah Und, let's go Oh, wir haben jetzt den anderen Eingang genommen, ne? Hä, nice, okay Oh nein, 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 ob der besser ist Nein, nein, wieso ja? So, naja, weil der andere auch nicht viel ändert, oder? Wow Das war cool Let's go, die nächste Rainbow-Rutsche geht auf jeden Fall los Und diesmal, Freunde, gibt es ein Eins-gegen-eins-Battle gegen Vitamine Und wir schauen, wer diesen Rainbow-Slide schneller schafft Ja, und wo, hä? Wo, wo, wo müssen wir rutschen? Wo sind so drinnen? Oh, ich glaube, hier geht's runter, oder? Hier geht's runter, Vitamin Ach, wir rutschen auf unser Po! Oh mein Gott! Ja, benutzt der Verdammten Po dafür! Ja! Oh, okay Vitamin-Spielpause, ähm, ich komm noch mal nach Okay Was geht damit? Alter, was geht damit? Ich bin schon beim ersten Checkpoint! Was? Also, okay, Vitamin, Freunde Vitamin hat einen Vorsprung, das ist nicht gut Aber wir können zum Shop auf jeden Fall noch einiges Verrücktes kaufen Und die Vitamine noch tronen können Aber erstmal würde ich sagen Müssen wir überhaupt den ersten Hindernis hier erstmal schaffen Ab geht es, die Rainbow-Rutsche runter Alter, siehst du auch rechts? Wir bekommen ein Gratis-Rainbow-Item, ne? Oh, eine Gratis-Rainbow-Wasser Oh yeah Und let's go! Okay, ich hab's geschafft Alles klar Ähm, ja Da bin ich am Start Moin, was geht damit, Vitamin? Ich bin schon in meiner Box drinnen Alter, komm aus der Box rausfinden, doch mal Let's go! Junge, Alter, ich will hier losrutschen, Mann! Ja, okay, dann würde ich sagen Ab geht es, Freunde Es geht runter! Wir kaufen im Shop eine Geschwindigkeitsspule Was? Du bist Lamm! Du bist ein Lamm! Ein Lamm? Ja, ein Lamm bist du Wenn wir nicht Lamm sind, bist du ein Lamm Let's go, Freunde! Okay, wir können hier auf jeden Fall noch einiges freischalten Und bringt das in der Box, wenn wir diesen Speedcoil benutzen? Okay, vielleicht sind wir ja sogar ein bisschen schneller damit Aber Oh! Okay Ich steh ein bisschen krumm, muss ich sagen Ich war nur ins Portal! Wow Äh? Doch, ich hab's geschafft Äh Äh Was? Man denkt irgendwie, man schafft das nicht ins Portal Äh, was meinst du? Und Nein, ich hab's Oh mein Gott, ich hab's geschafft! Ja, ich dachte nämlich auch, man schafft es nicht Okay, easy peasy Natürlich schaffen wir es Wir sind Vitamine und Zentex Ich bin Vitamine Und gegen meinen besten Freund Zentex Zentex Let's go! Und Okay, wir haben's geschafft Hey, göttliche Kraft gibt dich permanent Oh, OP-Waffen Oh, was? Jürgen, was ist das für ein Speedcoil? Guck mal, ich hab das 400 Robux ausgegeben Sag mal Wow Das hat sich ja richtig gelohnt, Alter Ich bin eine Sekunde vor dir Schwimm auf die andere Seite? Was? Was? Schwimm auf die andere Seite? Das heißt eher Oh nein Schwimm auf die andere Seite It's a me Mario Luigi Was? Mama mia Let's go, Freunde Komm, wir schwimmen! Oh ja, Vitamine Du kannst ruhig schwimmen Aber Ich habe mir mein Boot geholt Hey, das ist ja was wir Aus dem Weg Wo bist du? Junge, da schwimmt er wieder Junge, Alter Ich denke mal ein Das ist gegen die Gegend Oh mein Gott Oh mein Gott Ey Alter, die Einwohnerrutsch ist das, oder? Oh Oh, ich sitze auf meinem Po Ich sitze auch auf meinem Po Oh Oh, ich muss neu starten Ich sitze auf meinem Gesicht Oh mein Gott Echt? Spring mal Nee Spring mal Nee, 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 Freunde Dir vertraue ich mich Ich bin beim Speedcoil Da bin ich mit dir eine Sekunde vorher am Ziel Okay, ich glaube, Shop Ich kaufe hier gar nichts mehr, Freunde Oh, wir haben Expand-Shop Das ist ein richtiges Gamespiel Oh, Freunde Wir haben 5000 Robux Juck, ich fand, wir haben einen Taser-Kauf 5000 Robux Hast du ihn bezahlt? Nein Rocket Launcher, 1500 Junge Ich wollte die übertriebenen Preise Alter Schwede Okay, vergess mit dem Tron Okay, Alter 1000 Robux Oh mein Gott Junge, für eine Waffe Ey, weg da Junge Meine Kiste Nein, nein, nein Meine Kiste Meine, meine, meine Meine, meine, meine Eh, du Traus Money Juga, wie leise war das, ne? Warte mal, warte mal, warte mal Ja, ich warte mal, ich warte mal Oh, okay, jetzt geht's los Oh mein Gott Ich hab ne Idee Ah Hä? Ja, okay, es funktioniert nicht Hä? Ich bin stehen geblieben Stau auf der Rainbow Rutsche Ich komme Wir teleportieren uns Oh nein, 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 nein Achtung Die Rainbow Rutsche Oh, warte mal Wir haben's geschafft Okay, wir warten auf Vitamine, Freunde Ja, ich bin auch Ich fang nicht auf Ich fang nicht auf Ich fang nicht auf Ich fang nicht auf Yeah Boah Alter, nein Wie episch Mir runtergefallen ist Wie so Iron Man Äh, gibt dir jugendliche Admin? Der Karotten 7500 Robux Und nur Vitamine Schlag zu Bei dem Angebot Ciao, meiner Nein, 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 nein Äh, aus hier Ne, ich bleib stehen Ich fang weiter Ich bleib stehen Ich fang weiter Ich bleib stehen Ich fang weiter Okay Ich hab eine Drück aufs Gummi Gummi? Ich steig aus Nein, ich steig wieder ein Nein, hä, ich kann nicht einschauen Oh Du steigst aus Let's go Fahr, UG Ja, okay, wir fahren doch Ja, ja Aha, alles klar, Freunde Oh, oh, mein Gott Oh, mein Gott Von hinten kommt einer Von hinten kommt einer Ach, Alter Mach mal Platz, wir haben doch mal Guck dir den eh mal an Na, hast du Zeit? Kollege, warte mal Ich kann sogar auf Pause drücken hinter dem, ne? Ab geht's Ab geht die Pause Let's go Warte mal Kannst du auf Pause drücken bei dem Hinteren? Ja, hab ich doch schon Echt? Wenn Leute einfach stehen Tschüss Ab geht es Oh, mein Gott Ist das das Ende, Freunde? Nein Hä, da gibt's doch noch eine Rutsche nach oben Oh, ja, danach, meine ich Ach so, das weiß ich nicht Wieso weißt du es nicht, Vitamine? Weil du dir jetzt den Köln Den Helikopter kaufst Helikopter Helikopter Warte mal Okay, was schätzt du? Wie viel der kostet? Äh, 7000 Ne, das ist unbezahlbar Ich glaub Hä? Was? Ich bin wieder am Anfang Ah Ich bin wieder Oh, nein, 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 Freunde Wir dürfen nicht verlieren Wir dürfen nicht verlieren Mach einfach Escape Oh, mein Gott Nein, nein, nein Wir dürfen nicht verlieren, Freunde Wir dürfen nicht verlieren Let's go Oh, mein Gott Okay, ich hab Plan B Plan B Plan B, Freunde Wo bist du? Äh, du fliegst es hin Let's go Ja, wir dürfen keine Zeit verlieren Keine Zeit verlieren Okay, Checkpoint Checkpoint ist am Start Oh, mein Gott Er fährt los Er fährt los Ich bin Cheater Wo bist du? Warte mal, ich bin der da vorne, Mann Okay, let's go Let's go Jo, ey Wie langsam ist diese Schrottkarre? Ja, man sollte vielleicht einen kleinen Boost einbauen Ja, ja, ja Okay, kann ich mit dem Rainbow Teppich? Wow Oh, mein Gott Okay, ich flieg einfach mit dem Rainbow Teppich Alter, ey, du schubbelst Ist da noch Platz in deinem Auto, Kollege? Äh, nein, das ist ein Türense Ey Mach dich runter, ey Oh, mein Gott Pass auf Oh, mein Gott Hast du dein Führerschein im Lotto gemacht, oder was? Alter Hast du denn? Ey, ich will dich runterfallen Oh, mein Gott, Freunde Vitamin muss runterfallen Er muss runterfallen Er muss Fall runter Nein Nein Oh, mein Gott, Alter Du bist richtig gut Die Geräusche machst du aber, ne? Fall runter, Junge Oh, mein Gott Oh, mein Gott Ja Nein, niemals Alter, ich werde nicht runterfallen Alter Schwede Alter, Junge, du fährst aber links, rechts, Alter Junge Ja, ey, du kannst mich wo anschieben, Mann Ja, warte, ich schieb dich an Von hinten Nein, nein, nein Nicht von der Seite Nein, nein, oh, mein Gott Alter Oh, mein Gott Ja, 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 nein Ah Wofür bin ich? Ich bin selber runtergefahren Ich bin jetzt hier Komm her Nein Oh, mein Gott, Freunde Oh, mein Gott Let's go Was kann doch nicht sein? Okay Wir nehmen die Abkürzung, Freunde Didi, 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 didi Oh, nein, Mann Ey, was solltet ihr das? Oh, ihr Freund In dem Bett kannst du Oh, jetzt kommt Jetzt kommt noch mal eine Rutsche Ey, was ist mit ihr hier? Hallo Schönen guten Tag Können Sie bitte Nicht hier das Item auf den Kopf zielen? Vielen Dank Tschüss Hä? Sie steht hier mitten auf der Rutsche Ohne Item Jürgen, jetzt musst du den ganzen Weg noch mal fahren Oh, ja, ich warte Ich bin zu lange Ich warte oben auf dich, Freunde Deswegen habe ich auf jeden Fall den magischen Rainbow-Täppich Aber, oh, in einer Minute bekommen wir dieses Item, ne? Ja, das stimmt Okay, das will ich unbedingt aussetzen Komm, wieder, wieder Probier hochzufahren Probier das Ende zu erreichen Ich glaube, es geht noch ein bisschen weiter danach Ja Guck lieber erst mal Ja, das ist ja, Freunde Weil ich fahre mit dem Auto hier jahre Okay Das ist so langsam Ey, die gehen einfach zu Fuß, die hier Leute, kann ich mitmachen bei eurer Wanderung? Komm, die gehen einfach zu Fuß, Freunde Als ob Alter, wie langsam ist das Auto? Ich glaube, man ist zu Fuß schneller, kann das sogar sein? Keine Ahnung Lass, ja, Freunde Warte, ich habe eine Idee, ich habe eine Idee Können die einsteigen in meinen Rainbow-Täppich? Nee, ne? Nee, leider nicht Okay, schade Aber, Freunde Wir sind damit hier Beim nächsten Checkpoint angekommen Oh mein Gott Laufen so schnell Oh mein Gott, wie die Karten Okay, das ist das Ende, Freunde Das ist das Ende Von diesem Rainbow-Obi hier Hey, Vitamine Na, alles klar Alles klar bei dir? Moin Wie kommst du so voran? Erzähl mal ein bisschen Ja, ehrlich gesagt Nicht so gut Warte Wie langsam bist du? Ich glaube, da bist du jetzt Warte, warte Sind wir zu Fuß schneller, Freunde? Ah Ey Ey Okay Das ist meine Rainbow-Waffe Junge, ich habe auch eine Rainbow-Waffe Wenn ich dich nicht erledige damit Dann musst du alles Von vorne machen Frisst das Oh mein Gott Ich habe einen Checkpoint aber schon gehabt Easy peasy Alles klar Würdest du dich echt mit mir anlegen? Alter, das dauert übelst lange bis hoch Warum sind die so langsam, die Dinger? Ja Ich war ja schon fünf Minuten für den Checkpoint Ich bin schon ein Motivationscoach Go Vitamine Go Vitamine Los Du hast es gleich geschafft Nimm noch ein paar Meter Glaub an dich Glaub immer an deine Ziele Und dann Aber Vitamine Ein Tipp fürs Leben Egal wie langsam du brauchst Die Hauptsache ist, dass du an deinem Ziel ankommst Ja, das stimmt allerdings Ja, ja, ja Aber was sagst du dazu? Ja, super Ja, vielen Dank Aber ich möchte schneller sein Ich habe mich verschluckt Eine Rosine Oh, ich bin oben Und du kommst Ey, sag jetzt Okay Gut Da, es kommt noch was Let's go Okay, Freunde Aber ich glaube, wir können jetzt weitermachen Ich glaube, das ist jetzt das Finale Ich bin oben Okay, und zwar laufe Laufe so schnell wie du kannst Okay, Freunde Das ist mein Troll Ich habe nur meinen Speedcall am Starten Vielleicht wäre damit schneller als Vitamine Oh, am Ziel sein Oh, endlich Woo Oh, endlich Vitamine Hast du es geschafft Komm her Let's go Hey, open Oh mein Gott Oh mein Gott Komm her Komm her Weg da mit dir Alter, 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 Alter Ah Nein Aua Oh, hast du einen Checkpoint Aber Ja, ja Okay, chill Also doch, wo wäre ich das nicht Oh, nee, du Sau Okay Warte mal, was muss ich das hier machen Äh, ich glaube, wir müssen Oh mein Gott Oh mein Gott Wir müssen jetzt so schnell laufen Wie es geht Okay, wir sind ein bisschen schneller, Freunde Let's go Wer denkt sich bitte so ein blödes Obby aus Dass man einfach jetzt nur hochlaufen muss Das ist richtig cool Hast du mal geguckt, wie hoch das ist? Oh yeah, Freunde In der Zeit können wir uns noch ein bisschen kennenlernen Erzähl mal so ein bisschen von deinem Leben Wir haben uns lange nicht mehr gehört Was ist passiert? Was gibt's Neues? Ja, alles schick Alles schick? Guck mal, du mal raus, Alter Das ist übelst weit Wow, es geht Alter, Freunde Es geht doch ganz, ganz so Jürgen, wieso bin ich nicht schneller als du? Ich hab dafür 400 Robux bezahlt Äh, ich weiß nicht Vielleicht muss man eigentlich rejoinen oder so Nee, ich weiß nicht Also irgendwie, Freunde Das Ding klappt einfach gar nicht, muss ich sagen Hier in der Hand Aber, naja Jürgen, du bist ja viel schneller als ich Komm her Hey, auf, du bist Okay, chill, 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 chill Alter, Jürgen Alter, das löst sich richtig schnell auf in Tau Um mir, ne? Ich glaube, hier vorne kommt noch mein Checkpoint Ich glaub nicht, oder? Ja, doch, doch Oh mein Gott, ja, ja, ja Alter, ich bin so langsam Junge, die lösen sich gleich schon auf bei mir Wieso, ich bin gefühlt langsamer mit dem Hör auf, ich hab mir, ne? Was denn? Ich mach doch gar nichts Doch, die Blöcke lösen sich vor mir auf direkt Ja, aber dafür kann ich doch nichts Ich mach doch nichts Ich lauf doch nur Geh langsamer Geh langsamer Nein Nein, nein Oh mein Gott Oh, wie knapp Wie knapp Oh, wir haben ein Jeep Oh, nö Der Jeep ist doch bestimmt auch wieder so langsam, oder? Ich weiß nicht Ich weiß nicht wieder, Mina Findest du raus? Oh, ist er schnell? Nee, der ist sehr langsam Okay, okay Let's go Wow Also viel schneller ist er ehrlich gesagt auch nicht, oder? Komm her, komm her, komm her Oh mein Wasser 1, G1, Battle, Freunde Oh mein Gott Treff ich dich überhaupt? Ja, hör auf Oh, nein, ich treff mich gar nicht Oh Doch, aua, nein, nein, nein Ich will das nicht Ja, ja, ja Oh, ey, ich rück mir jetzt Ja, weil ich das nicht nochmal fahren will Ey, 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 nein Hör auf, du Gurke Aus dem Weg da vorne Aus dem Weg Nein, hör auf jetzt, nein Ja Oh, nee, ich warte jetzt gut Let's go, Freunde Ich glaube, damit gibt es einen Winner vom 1 gegen 1 Battle Okay, ich will sagen Nein Ich hab nicht umsonst Robux hier bezahlt Let's go Ab geht's mit dem Teppich hier nach oben Und da sind wir am Ende angekommen, Freunde Wir haben es geschafft Oh mein Gott Wir sind jetzt wirklich am Ende angekommen Holy Hat das lange gedauert Aber, Freunde, ich würde sagen Das waren jetzt die besten Und größten und längsten 999 Millionen Meter Rutschen in ganz Roblox Yeah Das war aber echt cool Hey, das ist noch mega viel Spaß Ich glaube, ich sage Welcher hat dir am besten gefallen? Ähm, ich muss sagen Der hat mir am besten gefallen Weil ich dich abgezogen habe Also ich muss tatsächlich sagen Das erste hat mir, glaube ich, mit am besten gefallen Schön für dich, Vitamine Und ich will euch mal sagen, Freunde Das ist die heutige Video Ich hoffe, dir hat das Video gefallen Wenn ihr ja liken, abonnieren Und die Glocke aktivieren Und dann verpasst auch Keine weiteren coole Videos mehr Und dann bist du auch Ein Teil der Santex-Army Und dann sehen wir uns morgen wieder Beim neuen Video Bis dahin Tschüss Tschüss Tschüss